Die Wasserstadt Nordhorn, das Ferienparadies im äußeren Südwesten Niedersachsens, direkt an der Grenze zu den Niederlanden. Die Grachten und Kanäle der Fechte umschließen die Stadt wie ein wunderschöner grüner Ring. Mit dem Kanu oder Boot vorbei an kleinen Wäldern, ehemaligen Moorgebieten, Wiesen und Weiden erkunden Sie den Großteil der Grafschaft Bentheim. Genießen Sie den Blick auf die Stadt bei einer Ausflugsfahrt mit den Fechtebooten. Die anspruchsvoll und stilvoll eingerichteten Häuser des Nordhorner Seeparks umrunden einen eigenen kleinen See, der das Wasser aus den Kanälen der Fechte bezieht. Mit viel Liebe zum Detail haben wir ein Feriendomizil an einem Ort geschaffen, der Sie mit seinem gemütlichen und besonderen Ambiente immer wieder in seinen Bann ziehen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Sommer morgens auf der Terrasse frühstücken, im Winter in der hauseigenen Sauna und dem Whirlpool relaxen, beim Knistern des Kaminfeuers den Blick auf den zugefrorenen See genießen. Das ist Erholung pur. Verbringen Sie ein paar sonnige Stunden am Fechtesee, setzen Sie sich in einen der Strandkörbe des Strandcafés und genießen einen Cappuccino. Nordhorn bietet neben dem berühmten Kloster Frenzwegen eine Vielfalt von Ausflugszielen und Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel Segeln, Tretbootfahren, geführte Fahrrad- und Kanutouren, ein großes Wellen- und Sportbad sowie den Tierpark. Eine Tour für die Sinne ist die Fahrradroute entlang eines der größten Open-Air-Museen Europas mit dem Namen Kunstwegen und Raumsichten. Die vielen Rad- und Wanderwege direkt am Wasser, das Schifffahrtmuseum, das Stadtmuseum Pobelturm, die städtische Galerie und eine schöne Innenstadt mit vielen kleinen Restaurants und Cafés machen Nordhorn zu einem beliebten Ausflugsziel. Früher kündigten Schiffsjungen durch Horn-Signale Schiffe bei nebligem Wetter an. Heute führt sie der Tutor an die historischen Städten der Wasserstadt Nordhorn. Der Tutor von Nordhorn, das war der wichtigste Mann auf dem Schiff, denn ohne den Tutor da vorne, dann würden die Brückenwärter heute noch schlafen. Für den Freizeitspaß in der kälteren Jahreszeit sorgen eine Eissporthalle, ein großer Indoor-Spielplatz und ein Hallenschwimmbad mit Sauna. Die Mineraltherme im traditionsreichen Kurbad Berndheim. Hier können sie einfach abschalten und die wohltuende Atmosphäre des Sohlebades genießen. Für Gäste ist direkt nach ihrer Ankunft der Gästeservice Seepark Nordhorn der kompetente Ansprechpartner für alle Dienstleistungen rund um die Ferienunterkunft. Wenn sie jetzt Lust auf Urlaub in ihrem Haus am See bekommen haben, können sie ihre Unterkunft direkt bei Febo und mehr buchen.